Guten Tag, ich bin es mal wieder, Micha. Ich habe inspiriert durch Action for Free mit seinen Versuchen mit den Jeweltiefs, habe ich mir gedacht, ich will das auch mal nachvollziehen können, was er da zeigt. Und dann habe ich mich mal herangesetzt. Und ich habe jetzt hier einen Kern gewickelt, habe einen BC547 genommen. In der Basis habe ich einen Mac-O-Widerstand und einen Kondensator, grüne LED und eine leere Batterie. Die Batterie habe ich eben mit 0,7 irgendwas Volt gemessen, also 760 Millivolt oder irgendwie so. Und im Minus hatte ich noch ein Poti, das habe ich jetzt abgeklemmt, damit ich wieder messen kann, weil ich muss den Innenwiderstand vom Messgerät mit dem Poti ausgleichen, wenn ich es ohne das Messgerät anschließe. Deshalb ist da ein Poti drin, der hat bis auf 100 Ohm eingestellt oder irgendwie so. Und man sieht, LED ist da, ist auch kaum Frequenz drauf, lustigerweise. Mit dem Handy sieht man es zumindest nicht. Und ich habe hier das Multimeter zwischengeklemmt, habe ich den Minus aufgetrennt, wie gesagt. Hier ist das Multimeter zwischen. Und wir sind hier im 20 Milliampere Bereich. Und das Ding zieht sage und schreibe 0,01 Milliampere. Das sind so nach Adam Riese 10 Mikroampere, also 10 Millionstel Ampere, mit dem die Schaltung jetzt läuft. Also Lippi, schöne Grüße, es ist nachbaubar und ja, hier liegt es. Alles klar, munter bleiben. Und da geht es sich ja irgendwie darum, richtig umreichbar weiter zu gucken. Und dann, bis zum nächsten Mal, bei diesem Woche gibt es ein wieder. Und dann, bis zum nächsten Mal, bzw. Busscha hier 볶. Ich komme hier aber nochmal auf söyleyelining. Dann, bis zum nächsten Mal. Und dann, bis zum nächsten Mal.